Hallo, mein Name ist Helmut Seidenbusch und ich bin bei der Bertelsmann Stiftung für die musikalische Förderung verantwortlich. Dazu gehört auch der Meisterkurs Neustimmen, der gerade begonnen hat. Internationale Dozenten arbeiten mit jungen Opernsängern an ihrer Ausdrucksfähigkeit, an ihrer künstlerischen Darstellung, an ihren Stimmen. Kommen Sie mit mir mit und entdecken Sie diesen Meisterkurs. Kommen Sie nach Gütersloh ins Theater und besuchen Sie eine unserer Open Masterclasses. Oder Sie folgen uns einfach online auf neustimmen.de, auf Twitter, Instagram oder Sie sehen sich einen unserer Livestreams auf Facebook an. Wir freuen uns auf Sie!